TV-Über-Regional Herzlich Willkommen hier bei mir auf der Benefizveranstaltung Jazz Helping Hands, die zweite Ich bin Rebecca Freisheis und viele fragen mich, warum machst du das? Also ich will unbedingt was Gutes tun und ich glaube, wenn man es in kranke Kinder reinsetzt, dann geht es schon in die richtige Adresse. Ich veranstalte das zum zweiten Mal, weil ich beim ersten Mal so geflasht war von dieser positiven Unterstützung von den Spendern, von den Akteuren, von den freiwilligen Helfern, die mich unterstützt haben. Ohne die das alles gar nicht möglich wäre und jetzt habe ich es zum zweiten Mal geschafft und es ist wieder ein mega Erfolg. Wir sind hier im Harris in St. Leon Roth. Wie ihr hört, ist gerade die Band Live Series in PULS bei mir. Wir spenden alles an die Rehabilisationsklinik Katharinenhöhe. Und wir hatten ein tolles Programm. Ich bin so überwältigt von diesem Spur. Ich bin so überwältigt von diesem Spur. Wunderschönen Tag. Ihr findet meine Seite unter Facebook, Chars Helping Hands. Guckt gerne mal vorbei und ich bin mir sicher, das Ganze findet noch einmal statt. Acht. Vielen Dank.